Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom 50-Euro-Manta. Am 50-Euro-Manta geht es langsam aber stetig voran. Es dauert halt alles ziemlich lange. Blecher dengeln, einschweißen, wenn es kein Reparaturblech gibt. Die Reparaturbleche, die man so hat oder die man so bekommt, sind meistens von der Qualität eher so semi-geil, so dass man auch noch eine Menge anpassen muss. Aber mich hetzt ja keiner. Hauptsache ist, es geht weiter. Ja, ich kümmere mich heute um das Radhaus auf der Fahrerseite vorne. Da war ja so ein fieser Flinkenteppich, der außerdem schon wieder übelst im Gammeln war. Das habe ich alles rausgeschnitten und mir ein neues Blech angefertigt. Dafür habe ich einen Ledersack benutzt und einen Treibhammer. Damit kann man schön Rundungen modellieren. Im Radhaus hat man ja die Rundungen, damit das Rad da reinpasst, logischerweise. Und wie ich das gemacht habe, seht ihr dann gleich. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel sappeln. Ab geht's. So, mal kurzer Abriss, was hier bis jetzt passiert ist. Das alte Blech habe ich rausgeschnitten natürlich, dieses Flickwerk hier. kann man ja sehen, wie viele Bleche hier übereinander sind. Immer wieder ein neues Stück angestückelt. Das kommt in Schrott. So, als nächstes habe ich mir eine Schablone angefertigt. So sieht die aus. Die Pappe hat den Vorteil, die Pappe lässt sich gut formen. Das passt hier so rein. Diese Pappe habe ich dann auf ein Blech übertragen. Das kann man hier schon sehen. Ich habe hier nämlich schon angefangen, das Blech zu treiben. Man sieht, hier ist eine Wölbung drin. Die so ähnlich ist wie die Wölbung von dem alten Blech. Und das mache ich hier mit diesem Lederkissen. Das ist mit Quarzsand gefüllt. Und mit diesem großen, runden Kunststoffhammer kann man das Blech dann schön formen. Und dann kriegt man diese Rundung hin. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen weiter dängeln. Hier unten muss noch ein bisschen runder. Und das dauert jetzt ziemlich lange. Ich habe schon ungefähr, ja, bestimmt 4-5 Stunden investiert in dieses Blech. Aber es soll ja dann auch am Ende perfekt passen. Immer wieder ranhalten das Blech. Und hier, habe ich gesehen, muss noch Bauer weiter rausgetrieben werden. Jetzt ist mal eine wunderbare Völbung hin. Jetzt wieder anpassen, anhalten. So kann man sich Stück für Stück vorarbeiten. So kann man sich Stück für Stück vorarbeiten. So macht man es so lange, bis das Blech passt. So mal kurzer Zwischenstand für euch. Hier haben wir schön die Wölbung. Hier unten passt es sehr gut. Hier muss ich das Bodenblech wahrscheinlich nochmal ein bisschen anpassen. Das ist wirklich sehr krass gewölbt. Hier oben passt es ganz gut. Ich habe jetzt hier diesen Blechstreifen, den ich überstehen lassen habe, abgeschnitten. Ich werde dann dieses Blech hier so umlegen, damit es zu ist. Hier ist noch ein ziemlicher Spalt. Das werde ich gleich mal versuchen mit Blechschrauben ranzuziehen, weil ich da nirgendwo mit der Grippzange rankomme leider. Und dann könnte das was werden. Ich versuche diese Amerschläge noch ein bisschen zu glätten, weil das eigentlich im Rathaus fast egal ist. Aber nur für das gute Gefühl. So ist der Stand. So, das Ding hat sich ausgezahlt. Das Blech folgt jetzt hier sehr schön der Kontur. Hier passt es gut. Hier werde ich es nachher lochen. Hier oben werde ich es dann nochmal rumtreiben. Wenn es dann schon mal fixiert ist. Und das Bodenblech steht jetzt noch ab, weil da hinten noch eine Grippzange drin ist. Und Schweißarbeiten werde ich dann wohl an einem anderen Tag machen. Weil jetzt ist es nämlich schon wieder 7 Uhr. Und ich will noch grillen. Ich habe das Blech jetzt nochmal hier auf der Werkbank liegen. Das ist eigentlich eine Faust. Eine Handfaust. Oder Ausbeufaust. Aber die hat ungefähr die Rundung hier von dem. Und ich versuche jetzt hier diese Hammerschläge noch ein bisschen rauszuarbeiten. Dafür nehme ich einen glatten Hammer. Und massiere dann hier das Blech noch so ein bisschen. Ist zwar nicht so schlimm, weil man es eh nicht sieht. Aber der eigene Anspruch. Ganz wichtig zwischendurch immer wieder ran halten. Nicht, dass es sich doch verformt. Und hier muss es noch ein bisschen runder. So, trocknen lassen. Und dann geht's los. So Freunde der gepflegten Unterhaltung. Sind schon wieder ein paar Tage ins Land gegangen. Es dauert wirklich sehr lange. Aber ich wiederhole mich. Aber das Blech ist jetzt so weit, dass es eingeschweißt werden kann. Und ich zeige euch jetzt nochmal wie es sitzt. Es sitzt jetzt wirklich ziemlich geil. Da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Ja, kann ja auch sein. Jetzt zeige ich euch so wie es ist. Und jetzt zeige ich euch das mal. So, das ist die Innenseite. Das ist unser Blech. Hier habe ich das andere Blech gelocht. Da kommen noch Schweißpunkte hin. Hier werde ich ein paar Schweißpunkte einfach auf die Kante setzen. Weil hier sowieso schon so eine Grütze ist irgendwie. Das hier ist noch das Bodenlech. Das habe ich jetzt ein bisschen weg gebogen. Das wird dann natürlich nachher wieder runter gedrückt. Und dann hier auch verschweißt. Hier außen. Sitze schön hier außen an der Kante. Hier innen sitze schön bündig. Das hier wird noch interessant. Auch diese Rundung. Aber dafür werde ich das Blech erstmal fixieren. Und dann das Bodenblech entsprechend anpassen. Hier oben steht es auch noch ein bisschen ab. Auch da muss ich auch nochmal ran. Aber so sieht das jetzt aus. War eigentlich ziemlich geil. Ich hoffe jetzt. Ich hoffe, das hat schon recht gut gemacht. Ich hoffe. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir haben einen Bremsen aus. Wenn wir den Bremsen feststellen. Ich hoffe, wir sehen uns auch. Wir kommen in den Bauch in der Registration. Bis zum nächsten Mal. Ja, das Blech sitzt jetzt schön drin, das Bodenblech sitzt schön geschmeidig am Längsträger. Es ist alles sauber verschweißt. Ich muss jetzt noch ein bisschen Schweißnähte glätten und das alles schön versiegeln. Und dann ist diese Großbaustelle fertig, Gott sei Dank. Das Ganze erfahrt mich auf der anderen Seite ja auch nochmal. Da sieht es jetzt nicht ganz so schlimm aus. Da wurde auch nicht so viel rumgefuscht wie auf dieser Seite. Aber wenn ich da erstmal die Flex ansetze, dann wird das wahrscheinlich auch nur ein Riesenloch werden. Das ist ja irgendwie immer so. Ja, wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr mir gerne noch bei Instagram folgen. Da haue ich ab und zu mal eine Story raus, was ich hier so treibe in der Halle. Außerdem ist ein Däumchen Träumchen und ein kostenloses Kanalabo kann auch nicht schaden, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und so bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es mit dem 50 Ohr weitergeht. Ja, das dazu. Als nächstes geht es dann wahrscheinlich hinten nochmal an die Endspitze. Ich gehe wieder ein Stück zurück. Da muss ich aber nochmal Bleche bestellen. Brauche ich Reserberadmulde und Endspitzenreparaturblech. Weil ich werde wohl doch die Reserberadmulde komplett tauschen. Ja, so geht es da weiter. Gut, in diesem Sinne. Macht was. Ich melde mich ab und tschüss. Gut, jetzt zahlt es sich aus, wenn man bis zum Ende dranbleibt. Aha. Felgen. Ja, man muss ab und zu mal sich einen Motivationsschub holen, indem man ein bisschen rumspinnt. Und ich habe hier gerade diese Melba-Felgen in 7x14 erstanden. Die sollen eigentlich auf unseren Rekord. Aber ich finde, die passen auch auf den Wanderer ganz geil. Vielleicht ein bisschen klein. Wirklich noch richtig geilen Zustand. Eigentlich müsste man nochmal Kotflügel montieren. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt auch noch an das Rand komme. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von den Felgen haltet. Passen die zum Auto? Eher nicht. Einfach mal in die Kommentare hacken. So, jetzt ist aber Schluss hier. Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. "...Ja, und unten." Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.